Irgendwie ein Abgrund. Guckt euch das nochmal an, es sieht einfach geil aus. Mal gucken. Es sieht einfach geil aus. Bitte. Zeig einmal. Und Wasser tut dann auch nichts. Was ist denn das hier? Was machen wir hier? Was ist das hier? Was machen wir hier? Was machen wir hier, BT? Wir müssen durch diese Anlage zum Treffpunkt mit Major Ember zu vorrücken. Das ist die einzige Chance zu überleben. Was? Was ist das hier? Dateizugriff. Unbekannt. Gucken wir mal hier. Immer ein bisschen laufen. Bitte. Gucken wir mal hier. Oder ist Titan Lord Out? Scotch. Na, dann nochmal. Okay. Okay. Wer ist Blisk? Klingt jetzt halt der Angst vor uns. Wer ist Blisk? Er ist ein gesuchter Verbrecher in Diensten der IMC. Blisk war für den Tod meines letzten Piloten. Captain Lester Moser verantwortlich. Achso. Lol, das sind einfach Bäume. Bäume und Titan. Ey. Ey. Alles klar. Uns hat... Ja, es hat uns Geburt gemacht. Gehen wir jetzt. Gehen wir jetzt. Yo. Boah, das... Das fetzt die einfach weg. Boah. Da. Da ein bisschen. Feuer. Warm, Junge. Wir nehmen jetzt mal wieder die Explosion. Wir müssen hier wieder. Fölbe dieses Abkürzung zum Treffpunkt. Oder? Gehen wir hier lang. Mal drüber laufen. Na. Achtung. Achtung. Roboter. Na, danach. Shit. Oh, fuck. Gut. Lade nach. Gehen doch. Also, ich fand das, wo das ging. Lapplack laufen, bitte. Zack. Bam. Der Nächste. Der Nächste. Zack. Ja. Wir müssen uns mal kurz hier noch mal Energie zahlen holen. lost. So. Die, die, die so, die so, die haben uns geholt. If ich ehrlich bin, wollte ich von hier weg. Warn! Yo! Elektro auch! Haben wir! Stürzt Anteiltenerfassten. Ja, wo denn? Du hast doch kein Anteiltenerfassten. Ja, so langsam und sicher gewinnt man sich dran, dann wird immer besser. Und jetzt geht es mal weiter. Warte mal, wir gucken noch mal hin und noch mal Toro. Er wollte es gehen. Na, ist Titan-Lighter. Alles klar. Brut. 4,5 Kälte. Jösses, Mario. Der Lastenaufzug dieser Verladebucht ist eine Abkürzung durch die Anlage. Sie finden das Bedienfeld über ihr Hand. Gute Idee. Noch eine Abkürzung? Noch eine Abkürzung. Vertrauen Sie mir. Immer doch. Rieslein, Position beibehalten. Wir glauben der Verlösung ist zu mir. Attackiere feindliche Infanterie. Ja, mach ich schon. Das ist eine Abkürzung. Ja, das ist eine Abkürzung. Das ist ein Abkürzung. Der Maschensport. Der Maschensport, der bis zu sein Abkürzung, komml. Boah, das, das, das hat geknackst. Alter. Bitte. Ah, komm, wir nehmen die Feuerstände mit. Das sind die Pistolen. Oh, ohne Stützung. Komm. Unbefugter Titan in Verladebucht 13 geordnet. Transferiere Titan zu 19 weiter. Äh, Schattkörper 3. Meldet Sicherheitsverletzung. Verladebucht 13. Oh. Roger, Kummer 3 unterwegs. V-Lot, ich kann mich nicht befreien. Cooper. Okay, warte. Oh, fuck. Was? Bitte, ich komme. Komm mal mit. Pilot, Pilot, Power-O-Unterstützung. Okay, ich sehe dich. Scheint hier ein Titan geschnappt zu haben. Wenige Arbeit für uns. Pilot, los, schiehen. Keiner tremmt mich von meinen Titan. Ich habe ein Versprechen gegeben. Jetzt müssen wir erstmal BT wieder kriegen. Das ist jetzt die oberste Priorität. Und natürlich Wanderfeinde. Falls Sie mich hören, ich werde zum Umspannwerk dieser Einrichtung gebracht. Wie komme ich zu dir? Wie komme ich zu dir? Folgen Sie den Rohren in die unteren Ebenen. Warnung. Verliere den Kunden. Alles klar. Ich probiere es. Bin gleich bei dir. Zack. Aber krass, natürlich so ein Titan ist so ein Riesenroboter. Natürlich wird er auch immer mal gepackt, ne? Habt ihr gesehen? Man kann die ganz schnell eigentlich theoretisch schon zerstören. Leck mich. Ich habe einen Titan der Vanguard-Klasse. Was soll ich mit ihm machen? Ist mir scheißegal, zerstöre ihn. Was ist mit seinem Piloten? Um den kümmern wir uns bereits. Diese Station wurde zum Töten gebaut. Ich bin sicher, das kann ich mir zunutze machen. Du bist hier nicht auf dem Spielplatz. Ich bezahle dich nicht fürs Mitdenken. Zerstöre den Laden, wenn es sein muss. Verstanden? Läs grad. Hm. Pilot, ich bin in einer Montagestraße. Vielleicht gibt es einen Ausgang. Ich empfehle Sie folgende Plattform. Probier es bitte. Warte. Anlage ist extrem gefährlich. Passen Sie auf, dass wir auf dem Fließbahn nicht zerquetschen können. Schrot regelt das auf jeden Fall schon mal. Die Motorstraße. Klang der Motorstraße. Müssen wir hier dann. Und er sagt es auch noch. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Passen Sie auf, dass wir nicht zerquetscht werden. Diese Anlage ist extrem gefährlich. Passen Sie auf, dass wir auf dem Fließbahn nicht zerquetschen werden. Mhm. Achtung. Hallo. Gut, der ist da an. Das heißt. Oh. Was ist denn das? Okay, machen wir so. Krass, die machen wir künstliche Wiesen. Die sind ja krank. Achtung. Boom. Leider geschrot. Das ging im Kopf, du. Schrotflinten-Munitionen ist fast alle. Wir haben noch fünf Schrotflintenschüsse. So, dann kannst du herbeigehen. Guck mal, aber der hebt die jetzt so. Der hebt die doch jetzt scheitig hoch, oder nicht? Achso. Warte mal. Das können wir ja auch. Das war die... Ah! Die Wasserflasche. Das... Oh Mann, hab ich ja zu Schrecken bekommen. Zack. Können wir mal werfen. Ne, das ist unser Silber tot. Nachladen. Nervt mich nicht. Wir suchen Bitti. Kurz chillen. Neben generieren lassen. Weiter zu Bitti. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist gut. Pilot, ich werde durch einen Bereich gebracht, in den fertige Elemente gelagert werden. Wir sind nicht weit weg. Gehen Sie weiter. Weil die machen die Möbel. Das sind also blaue Bauern, die hier. Die Möbel bauen, die hier Bitti. Unbekannt. Aber ich will zweifeln, dass die IMC Häuser fertig. Die zerstört sich für gewöhnlich nur. Ja, das habe ich mir jetzt auch kurz so gedacht. Jetzt kommen auch noch diese Wix-Bandauflin vom komischen. Ja, ja. Kurz chillen, kurz chillen, kurz chillen. Was ist das für Waffen, 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 Waffen? Nein! Oh, jetzt kommen die dämlichen Attentäter-Dinger. Alter, die jagen sich in die Luft. Kleine scheiß Roboterspinnen.